Hallo, in diesem Episode von Infindogrid Maschining sollen wir diese Werkstattmikroskop fertig machen. Und ja, dieser Teil ist fertig. Und was ist mehr zu tun, ist ein Pilzschirm in meinem Drehpack montieren, Strömversorgung für diese Pilzschirm und auch diese Mikroskop. Diese arbeiten in unterschiedlichen Spannungen. Die Pilzschirme arbeitet mit 12 Volt und dieser Mikroskop möglicherweise 5. Aber ich habe gedacht, das ist zu viel. Es startet arbeiten mit 3,3 Volt. So, wir machen das. So, lass uns anfangen mit dieser Pilzschirmmontierung. Oh Gott, und dies ist das Pilzschirm für diesen Mikroskop. Und es sollte hier montiert werden. Und, well, es gibt keinen Bedarf, Eulen nach Griechenland zu tragen mit dieser. So, ich habe alles so einfach wie möglich gemacht. Also, Sekundenkleber. Diese, diese Aluminiumplatte werden geliefert mit diesem Mikroskop. Ich habe kein Bedarf für diese. Aber nun habe ich. Ich habe diese in die Rückseite von dieser Pilzschirm mit Sekundenkleber klebert. Also, diese ist ein bisschen Spezial. Das ist, ja, deutsche Leute wissen, was das ist. Öffentlich, ja. Das ist Toolkraft. Man kann diese von Konrad kaufen. Und das ist sehr schön. Das ist ein bisschen flexibel. Also, es bekommt nicht total hart. Nachdem hat sich gehärtet, erinnert es mich um Polycarbonat. Das ist nicht total hart, aber ein bisschen flexibel. Und das ist so. Okay. Und es hartet sich nicht schnell. Es nimmt, ich glaube, zwei Minuten. So. Kein Sekundenkleber. Nein. So. Und in dieser Seite habe ich zwei Stück ganz kraftige Magnete montiert. Mit diesem gleiche Kleber. Also, wie man diese montiert. Das ist, das war einfacher, als ich hatte gedacht. Man nur platzieren, wo man wünscht. Und da sitzt es. Das ist ganz stabil. Und ja, fertig. Und wie man montiert, dieses Mikroskop. Das ist eine... Ich glaube, ich verwende das gleiche Prinzip. Also, montieren mit Magneten. Diese Prinzip, diese Methode ist ganz gut, weil man kann diese ganz einfach wegnehmen, ob man will. Ja, okay. Also, diese ist ein Teil von diesem Mikroskop. Es kommt hier in die Ende, das Slang. Und... Also, es... Ich habe so gedacht, ich habe... Plasiere diese irgendwo hier. Und danach kommt es hier in die Rückseite hier. Oder die andere Seite. Ja. Und danach, wenn man hatte die Slang hier. So. Ich bräse hier eine... Eine runde... Äh... Was heißt das? Groove. Äh... So, dass... Man kann hier diese platzieren. Also... Ob hier. Und dann, man kann hier diese... Man kann hier diese... Man kann hier nicht verwenden. Kann man diese hier platzieren. Und... Äh... Noch ein Magnet hier... Äh... Diese in seinem Platz zu halten. Also... Äh... Es... Äh... Diese Magnete sind sehr prachtig. Ähm... Also, äh... Also, äh... Man kann blacksirren. Ein unter hier. Äh... Und äh... Äh... Und äh... Fräsen diese... Diese... Glüh...월 hier... So, dann... Danach... Äh... Kohlt Äh... 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 Es äh... Nicht prachtig. Äh... Aber äh... Genug, so dass es äh... Äh... Nicht raus. Ja. Okay. Also, erste Finger, Schritte, diese schön machen, das ist kein, das ist nur ein Teil von Aluminium und ja, es hat mit, ja, okay. Ich soll diese in der Träschmaschine genau machen und diese Groove auch da machen und danach, das ist ganz fertig. Und wie man diese testet, diese montiert, das ist noch ein Teil, der kommt in der Rechte hinterher und hat seine Magneten. Und die gleiche Prinzip als mit dieser Pilzirn, so dass es, es ist, es ist unterstützt mit dieser, diese Ecke hier und dann haltet ihn selten Platz mit Magneten in die Rückseite. So, lasst uns diese machen als nächste Schritte. Zuerst soll ich diese Teil wegnehmen, diese Woche brauche ich nicht. Also, zuerst markiere ich hier, das ist nur ein Rechtswinkel und ich markiere, wo ich soll diese sagen. Also, irgendwo da, ja, da ist das. Und wenn man Aluminium sägen mit einem Werkzeug wie dieser, muss man seine sägeplatte korrekt machen. Das hat nur zwölf, zwölf Zahn pro, ein, äh, Inch, und, äh, die normale Weise, wann ich säge, äh, säge Eisen, soll das, äh, äh, 32 sein. So, das ist, äh, hat, äh, nicht so viele Zähne. Also, äh, und das funktioniert besser mit Aluminium. Also, die Crashmaschine fertigstellen für diese Operatoren. Also, die Crashmaschine fertigstellen für diese Operatoren. Also, ich verwende, in diesem Mal, äh, als Spannmittel diese ER40 Dinge. Und, äh, die erste Schritte, äh, immer mit dieser, ist alles reinig machen. Keine Späne da. Und auch die Konus reinig machen. Und auch diese Konus reinig machen. Äh, und, äh, fühlen, ob es gibt, ja, das ist reinig. Okay, äh, so, äh, es, äh, ich kann nicht größere Späne fühlen, äh, da, darin. So, äh, das ist ganz einfache Dinge. Diese, diese habe ich selbst gemacht. Das ist auch ein, ja, es ist ja, und dann, äh, das ist das. Und danach diese, äh, äh, mhm. Okay. Da setzen. Und das ist die größte, äh, größte Fräse, ich habe. Und, äh, ja, aha. Und, äh, das Diameter ist, äh, Durchschnitt, durch, äh, Diameter. Das ist, äh, 26 Millimeter. Welche ist ein millimeter größer, als meine, äh, яmeter von dieser, äh, äh. Nun muss ich ein bisschen sehen, dass... Okay, das ist gut. So, das ist ein Millimeter größer als die Diameter von meinem Mikroskop. So, ja, kann ich das die ganze Weg da, ach, das ist die ganze Weg. Und dann diese Spannen, da gibt es, ok. Und in diesem Fall soll ich auch Kühlmittel verwenden. Und die Ursache für diese ist diese Aluminium. Das klebert sich in die Fräse, ob es gibt keine Smierung da. Und mit Aluminium kann ich nicht diese verwenden. Das reagiert schlimm mit Aluminium. Und für diesen Grund soll ich meine ordinaarie Kühlmittel verwenden. Und, glücklich, diese Kühlmittel ist kein Thema mit dieser Maschine. So, zuerst nehme ich diese, ein bisschen wie diese, feststellen diese. Und dann meine Kühlmittelschlange hier, ja, hier stellen. Und dann sehe ich, dass es die selbe Fräse smiert. Und das ist ganz gut. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann ist das die korrekte Platz für diese. Dann haben wir die selbe Werkstücke gehabt. Diese Ecke ist genau. Diese ist nicht genau. Also... So... Pasieren da unter. Und dann... Und dann... Festen das auch. Ja... Das ist ganz genau eigentlich. So... Wir... Wegennehmen... Möglicherweise ein Millimeter. Was muss sehen. Äh... Was ist gut? Was ist gut, dann ein Millimeter. Das ist gut, dann ein Millimeter. Okay, dann, weil wir diese Kühlmittel verwenden, verwenden wir auch diese. So dass haben wir hier unterschiedliche Modelle ein für dieser Platz. Ja, ich glaube wir sind fertig zu laufen. Was passiert hier? Nun mache ich diese Seite, die andere Seite und die Ende und dann komme ich zurück, weil ich mache diese Blumen. Jetzt habe ich alle Ecken genau gemacht und nun sollen wir diese runde Dinge für dieselben Mikroskop hier machen. Und ja, diese Ecke hier, die Rückseite von dieser Fräse ist momentan genau mit der Fläche von dieser Seite. Und die Tiefe von dieser, die Messung von diesem Material ist 9,5 mm und meine Gedanke ist, dass ich was da 3 mm seien in der Rückseite. Also, wir sollen die Tisch dieser Richtung 5,5 mm mitbringen. So, 5,5 mm. Die erste Runde ist, nun das ist 4 mm. Nun das ist 5. Und da haben wir 5,5 und dann loschen. Und das ist, nun das ist jetzt loschen. Und nun, wir werden den hier. 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 Und hier. Okay. Alles wieder später. Okay Okay, so, das ist die Gru, wir haben hier gemacht und dieser Mikroskop liegt hier, mit Magnet. Und das ist, das ist ein Millimeter zu groß, aber, das ist gut. Wann es gibt ein Magnet hier unter, so dann es bleibt da. Und nun, jetzt, man kann diese Ecke genau machen mit, genau, aber mit dieser Werkzeug. Aluminium ist sehr, ja, diese Ecke sieht, ganz merkwürdig aus. Und diese, und diese, und gut. Ich verwende keine Pfeile mit dieser Pfeile, mit Pfeilen noch, das ist, diese Fläche. Kann du das sehen? Du kannst das sehen. Wie konnte ich Ihnen zeigen, das ist wie ein Zahnrad. Und diese andere auch. Und es gibt eine, eine, oh, hui, ja. Kann man mal mit dieser wegnehmen, diese. Nein, das ist, du, zu, nein, kommt raus. Oh, ja. Aber diese ist kein, wie sagt man das? Kein Precision Style. Okay. Jetzt, äh, die, äh, Fräsearbeit ist getan. Nächster Schritt, Lochen hier bohren. Und die Magnete hier, äh, festen. Und, äh, dann, das ist fertig, glaube ich. So, jetzt haben wir, äh, diese Teil fertig gemacht, aber es ist nicht fertig. Wir müssen eine, äh, Loche hier bohren. Und, äh, danach, äh, Gewinde machen für diese. Und diese ist, äh, M20 Fein, Gewinde. Also, 1,5 Millimeter steigung. Und, äh, das meint, dass es ist ganz einfach, äh, diese Gewinde zu drehen. So, kein Panik da. Also, nächster Schritt, Drehbank. Also, nun, äh, nun sollen wir diese Teil in, äh, meinen, äh, wirpacken Futter montieren. Äh, und, äh, ja, äh, 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 Glücklich haben wir ein, äh, 4-Backen-Futter. In einem 3-Backen-Futter sollten diese, äh, äh, ganz schwierig sein. Aber hier, das ist einfach. So, was ich habe hier getan, ich habe diese zwei, äh, umdreht. Und, äh, diese nicht. Diese zwei nicht. Und diese so, dass unser Teil geht da ganz genau da. Da, ob du kannst das sehen, da ist eine, äh, kleine Markierung. Das ist der Punkt, wo sollen, wir sollen das Loche und die Gewinde machen. Und, zuerst soll ich, äh, diese Seiten, äh, nun soll ich so sehen, das ist ganz genau da. Ja, 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 okay. Und dann, weil diese Futter haben ganz sarfe Ecke, habe ich hier unter einen Teil von Aluminium, wie dieses. Für diese in die Seite, das ist nicht so, nicht benötig, aber, ja, man kann da auch eine haben, ob man will. Und ich will. Äh, diese mal, das ist kein Aluminium, das ist Kupfer. Ja, so, und dann, ein mehr. Okay. Und nun, ja, das ist nicht in korrekt Platz. Also, wie man diese, äh, äh, justieren, ist, dass man will, wenn denn, äh, die Teilstock, Reizstock meine ich, äh, Teilstock. Meine, äh, die Teilstock, und dann in die Loche da, diese Sarfe, äh, da, und dann, deine Reizstock. Und man muss nicht diese, äh, äh, zu fest spannen, nur so, dass es bleibt da. Und nun kannst du sehen, dass diese, es gibt einen, ja, man kann ein bisschen, okay. So, nächster Schritt, meine, äh, was ist das? Messuhr. Und das ist ein bisschen schwierig. Äh, äh, nein, ich muss diese drehen, glaube ich, ein bisschen. Au, das ist nicht gut. Wie diese. Ich glaube, das ist genug. Okay. Das ist ein guter Platz für diese. So, dann, da, gehen. Und dann, kann wir diese, äh, genau, gehen. Also, diese ist nun, muss man ein bisschen, so, oh, noo. Dann sollte man, äh, rösten diese ein bisschen, ja, ja, das ist, äh, genau, genug. Ob diese Loche bekommt, äh, ein Grad Winkel da, das ist, äh, kein Thema für mich. Okay. Das ist nun da. Das ist alles, das ist, äh, das ist, äh, also ist, benötig für ein Center. Das war ganz einfach. Das ist das. Und wie wir? Das ist... Millimeter wegnehmen. Das ist so kaputt. Und das ist 80,5 mm. Okay. Was ist neben dem. Das ist 10 mm weg. Also. So. Okay. So. 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 Das ist nun. So. So. Now. About 40,000. 500. Und degree. SOLDạ. So. 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 Und lass uns sehen, ob ich diese halvnach, halvmutter verwende. Und weil es ist nun wie eine, man kann drei mit diese genau teilen, so. Darauf kann ich diese, nun das ist nurru. Und so. Aha. Aha. Altmm. Aha. Jaa. Ein bisschen mehr als ein Millimeter. Ein bisschen mehr als ein Millimeter. Ich denke, wir sollten das probieren. Das kann so sein, das ist wenig. Das ist nicht... Jaa, ein bisschen mehr als ein Millimeter. Jaa. Hm. Okei. Dieses System ist sehr gut. Eigentlich. Jaa. Das muss man sich sein. Ich denke. Jaa. Das muss man sich sein. Ich denke. Jaa. Jaa. Man kann das... Jaa. Das ist gut. Das ist ein bisschen, was immer das ist. Aber Null. Jaa. Jaa. Das ist ein bisschen mehr. Ne Hör. Jaa. Ja commun. Ich bin. Ne Hör. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ja. 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 Aha. Okay. Oh ja. Klob, das ist fertig nu. Jepst. Also. Und. Diese. Inge. Feld raus. In diese. Okay. Oh, wir haben das nu. Und auch diese Seite. Wie diese machen. Okay. Ja. Klob, man kann das ja. Das ist ein bisschen. Aber. Man kann das hier drehen. Und das ist das. Das. Ja. Okay. Gut. Gut. Danke. Das ist ja eins. Das ist nicht alles. Vorher. Gut. 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 Also, entschuldigung, ich habe alles fertig gemacht ohne Kamera, aber ja es gibt nur einige 3G Winde da und einige Loche und was ich meine. Das ist nur die Elektronik, einen Regulator da stellen und das ist das, aber ist diese Symbol? Ist das ein Werkzeug, welchen man nutzen kann? Jaa, okei. Zuerst stabilität. Ob das diese System, das ist eigentlich sehr stabiel. Ob man das in die, seinen Platz so steht es da. Jaa, gut. Und kommt raus ganz, ganz einfach. Okei. Das ist gut. Und die ganze System ist sehr stabiel. Ob man denken, dass das ist ganz einfach, demontieren diese. Okei. Und dann Verwendung. Ja, man kann einen Power-Switch da haben. Und dann einfach diese. So, äh, ich wollte ihn schauen. Äh, und die... Das ist immer so, dass diese Orientation von Kamera, das ist ein bisschen schwierig. Okay. Okay. So, hier kann man diesen Weg drehen. Und das ist sensitiv eigentlich. Sehr. Und äh, ich glaube, man kann ganz kleine, kleine Dinge sehen mit diesen. Okay. 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 Dann, ob man will sein Werkzeug hohe stellen. Okay. Das sollte ganz einfach sein. Nur hier. Aha. Aha. Okay. Also, mit diesem Werkzeug kann man das, das kann man genau machen. Äh, äh, ohne seine Brille und so weiter. Und das ist einfacher als mit, äh, mit 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 äh. Und äh, mit 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 Also, diese war alles für diese Werkstattmikroskop. Ich soll das verwenden und ob das bekommt schlimm oder ist nicht verwendbar, so dann demontieren und das ist das. In diesem Fall habe ich eine Ahnung, dass das kann ein bisschen schlimm sein. Aber das Reise, das war besser als Ziel. In die nächste Episode von Finnow-Grick-Maschinen sollen wir mit diesem Stoff arbeiten. Das ist Edelstahl und es bekommt ein Apparat, welches hat keine Verwendung. Es ist nicht ein Werkzeug und es ist nur Willspass zu bauen und das ist das. Also, nach dem nächsten Gang. Bye! Tschüss! ARD Text im Auftrag von Funk